Gut, also da muss ich ja jetzt hier das Knöppchen betätigen, ne? So, warte. Hier, äh. Yes. Da. Oh, nee, das war ja total... Ach, halt, nein. Ich hab's vermisst. Ich hab's... So ist richtig hier. Ich drück mir auf den Knöppel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Ja, wie es Elias schon sagt, herzlich willkommen zur Plauderstunde. Hallo, liebes Internet, also aka Twitch. Hallo, liebe Podcast-ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute in einer trau... Ne, nein, nicht ganz traute Runde, fast traute Runde. Zusammen, um Spiele zu spielen. Aber es gibt eine Besonderheit... Besonderheit am heutigen Abend. Eine Besonderheit am heutigen Abend. Zum einen haben wir, ihr habt schon das süß klingende Lachen von Elias gehört. Natürlich Elias mit an Bord. Hallo Elias. Einen wunderschönen guten Abend. Also für uns. Wunderschön, ja. Dann selbstredend Flo. Hallo Flo. Hallo. Und leider fehlt uns heute Olli. Wir grüßen ihn ganz lieb und ganz herzlich aus der Ferne. In der Hoffnung, dass er bald wieder zu uns stößt. Wir haben aber nichtsdestoweniger eine Gästin gewinnen können für die heutige Spielrunde. Nämlich Marie von Nizza. Tatsächlich quasi aus Nizza. Hallo Marie. Hallo. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Muss man das hinten so? Das ist wichtig. Das ist deutscher. Wenn man erkältet ist, macht man das. Ah, genau. Vielleicht sollten wir für diejenigen, die dich noch nicht kennen und vielleicht gibt es da hier und da noch jemanden, der dich nicht kennt, dich noch mal kurz vorstellen, Marie. Marie, du heißt ja nicht umsonst Marie von Nizza, denn du kommst aus Nizza. Ich heiße nicht umsonst Marie von Nizza, denn ich komme aus Nizza. Ich bin eigentlich Französin, habe aber mein ganzes Leben lang Deutsch geredet und rede jetzt immer noch Deutsch mit einem Podcast mit Podcaster, bin auch mit Karol auf Medienkompetenzübungen drauf und heute bin ich mit dabei und möchte gerne spielen. Marie möchte spielen mit uns. Genau. Sehr gut. Ja, da sagen wir doch nicht nein. Also wenn uns eine Französin darum bittet, mit uns gemeinsam ein Spiel zu spielen, dann tun wir das sehr gern. Und ich denke, das kann eine lustige Runde werden. Was wollen wir denn heute spielen, Elias? Ja, genau. Was spielen wir heute? Wir spielen heute mal eine Runde Wer bin ich in der Geschichtsedition? Und das heißt, wir haben uns alle zwei Charaktere überlegt, die gleich zu erraten sind von dem jeweils zugeteilten Gegenüber. Der kleine Knift dabei ist, wir dürfen auch mal Google öffnen und uns gewisse Wikipedia-Artikel durchlesen, wenn man möchte. Und ja, einfach die Hilfsmittel, die man eben so zu Hand hat, wenn man noch das alte Lexikon hat, auch gerne benutzen. Also, ich habe mir so überlegt, die beiden Historiker spielen gegeneinander, also Flo wird mir jeweils, wird mich fragen und ich werde Flo fragen und die alte, bekannte Runde aus der Medienkompetenzübung wird sich gegenseitig auch die Charaktere zuschustern. Also Marie und der liebe Karol werden sich die Charaktere jeweils fragen, abfragen und ich und Flo. Ich schätze, ich google schon mal vorsichtshalber Steppenvölker. Steppenvölker, Reitervölker. Naja, lieber Flo, wir hatten die Tage das Gespräch, dass ich versprochen habe, keinen Steppennomaden zu nehmen, wenn er keinen Briten nimmt. Hast du dich dran gehalten? Ja, ich habe mich dran gehalten. Es sind beides keine Briten oder Britinnen. Dann werde ich auch keinen Steppenkrieger nehmen. Du wirst sie trotzdem nicht erraten. Hatte ein paar vorbereitet wahrscheinlich. Also nochmal vielleicht, also wer bin ich? Sollen wir das nochmal erklären, wie das funktioniert? Nee, oder? Doch, ich wollte gerade nochmal kurz ausholen. Ach so, sorry, ich dachte, du bist schon durch. Nö, gar kein Problem, du. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dran bin, ich mache es aus meiner Runde gleich, wird Flo anfangen, dann Carol, dann Marie, dann ich. Ich stelle Flo eine Frage nach seinem Charakter. Bist du männlich? Bist du weiblich? Bist du tot? Bist du noch am Leben? Und er darf darauf mit Ja oder Nein antworten. Nicht eine direkte Antwort. Ich darf ihn nicht fragen, wie alt bist du? Oder wo bist du geboren? Sondern nur Ja oder Nein fragen. Und solange ich ein Ja bekomme, darf ich weiterfragen. Bekomme ich ein Nein, ist der Nächste dran. Und wer eben zuerst zwei Charaktere erraten hat, hat das Spiel gewonnen. Ja. Okay. Dementsprechend sollte man sich am besten auch Notizen machen, weil sonst fragt man halt zehnmal, ob man... Stimmt, das ist richtig. Das ist ganz gut. Oh, das ist ein guter Hinweis. Oh, da muss ich jetzt Papier suchen. Irgendwo noch? Hey, ja, 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 ja. Papier. Also nochmal, als kleine Wiederholung, eben Flo wird meine Charaktere erraten, ich werde Flos Charaktere erraten, Marie wird... Nee, hörst du nicht. Ich bin echt da überlegen, ob ich doch nur noch wechseln soll, weil ich habe... Ich habe Charaktere geholt, die man erraten kann. Egal, Marie wird Karsals Charaktere erraten und Kabel wird Maries Charaktere erraten. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Wie gesagt, googeln ist erlaubt. Dann muss ich jetzt also die Skat-Karte von meiner Stirn wieder abmachen. Du kannst sie da gerne lassen. Aber ihr seht sie ja nicht, ist ja eigentlich blödsinnig. Okay. Ich muss dann immer an die schöne Szene denken. Ihr wisst schon, na, Inglour as Bastards. Das ist einfach die Szene in der französischen Keller-Wein-Kneipe, wie die nationalsozialistischen Soldaten Wer bin ich spielen. Okay. Achso, kann ich noch ganz kurz was zum Besten geben? Das fällt mir nämlich ein. Beziehungsweise habe ich mir das sogar präventiv notiert. Sehr schön, gerne. Ja, zum Thema Wer bin ich? Fiel mir ein, eines meiner Kinder hatte vor einigen Jahren im Französisch-Unterricht, das ist jetzt so ein bisschen nicht gerichtet, Marie, im Französisch-Unterricht die Aufgabe, auf Französisch zwei oder drei Seiten oder vier Seiten über die Familie zu schreiben. Also Familienmitglieder zu beschreiben, Onkel, Tante, dies, das, Ananas, so, ja. Allerdings, wie das ja in diesem Alter so üblich ist, haben wir da einen Abend vorher von erfahren. Man kennt das ja. Und ja, und dann haben wir uns entschieden, Folgendes zu machen. Wir wollten mal die Kompetenz oder die Medienkompetenz des Lehrpersonals testen und haben aus diesem Grunde dann als den Onkel unseres Sohnes Charles de Gaulle ausgewählt. Wir haben das also ausgedrucktes Foto, haben das dann schön aufgeklebt und haben dann irgendeinen Namen hingeschrieben hier, ne, so bla, irgendwelchen Stuss, ja. Aber eben das Foto von Charles de Gaulle dazu und das ist mein Onkel. Dasselbe haben wir dann noch wiederholt mit, ähm, ich weiß es gar nicht. Ne, das war der Opa, Entschuldigung, das war der Opa, Charles de Gaulle war der Opa. Onkel haben wir Pierre Richard genommen. Oh Mann. Auch ganz witzig das Foto, da war er aber schon älter, so ein bisschen graue Haare, ne. Pierre Richard aufgeklebt und hier, das ist mein Onkel, bla bla bla. Wer googelt jetzt, wer Pierre Richard ist? Nein, wie er aussieht, wird's auch. Flo. Nur wie er aussieht. Ach so, okay, okay. Ich hab kein Gesicht dazu. Meinst du, ich kenn die Gesichter aller französischen Stars, die ich irgendwann gesehen hab? Natürlich. Das ist nicht ein französischer, das ist der französische Star. Ich rate dir mal doch mal drauf. Ist der französische Star? Was? Wer ist das denn? Der ist doch jetzt Russe. Der ist doch Russe. Eben. Ja, nicht damals. Als Tante. Zu Charles de Gaulle empfehle ich übrigens die Serie von Arte, Charles de Gaulle am Strand. Charles de Gaulle am Strand? Yes. Oh, das klingt pervers. Er hat einen Hund namens Wehrmacht, aber mehr sag ich nicht. Oh, oh, okay. Ja. Guter Tag. Super nett. Und dann haben wir noch als Tante Carla Bruni die angetraute von Sarkozy. Schicke Familie. Ja, ja. Schicke Familie. Hat funktioniert, ne? Also der Lehrer hat nichts, also überhaupt nichts sich anmerken lassen. Und Zensur war gut. Irgendwie eine Zwei oder sowas. Peace alles grüßen. Genau, peace alles grüßen. Das war ganz witzig. Ich fände es ja noch witzig, wenn ihr einfach die Wikipedia-Artikel auf Französisch leicht umformuliert hättet. Ich fände es noch witziger, wenn sich im Rückblick dann rausstellt, dass es tatsächlich so wäre, dass Charles de Gaulle euer Opa war. Scheiße. Und ihr wusstet es einfach nicht. Ja, genau würde ich das noch zutrauen. Also die überreicht mich immer wieder. Ja, das könnte nicht sein. Ja, aber wir hatten natürlich ursprünglich solche witzigen Sachen wie Adolf Hitler oder so, aber da haben wir uns gesagt, das ist zu offensichtlich. Das ist vielleicht für viele Familien in Sachsen Wunschdenken. Okay, komm, wir fangen mal an. Lieber Flo. Ja, machen wir das besser. Ich gebe dir das Wort. Du darfst anfangen. Die Fragerunde. Bin ich ein Mann? Ja. Mensch Flo, du bist ein Mann. Ja, das ist alles hier Selbstfindungsprozess, ganz natürlich. Stamme ich aus dem Mittelalter? Nein. Gut. Okay, also, bin ich ein Mann? Nein. Das ging schnell. Das ging schnell, super. Okay. Marie, bin ich eine Frau? Nein. Scheiße, klasse. Okay. Also war Flo noch mit einem erfolgreichsten, er konnte zumindest noch eine zweite Frage stellen. Dann bin ich jetzt dran. Juhu. Ich fange auch mal mit dieser klassischen Frage an. Was mache ich denn jetzt? Wir haben bisher… Egal. Flo, bin ich männlich? Nein. Also weiblich. Okay, danke. Achso, jetzt… Achso, du wolltest eine Antwort auf die Frage. Die wollen wir noch sagen. Du bist dran. Flo. Ich bin… Ja, ja, ich bin gerade überlegen. Also Mittelalter? Nein. Männlich? Ja. Stamme ich aus der Renaissance. Du meinst von der Zeit her oder von der Kulturepoche her so ein bisschen? Der Zeit her? Nein. Wir sind ja doch kein Kulturpodcast oder wie. Vielleicht so Kultur. Also nein, gut. Next. Marie. Ähm, okay. Bin ich gestorben? Ja. Okay. Ähm, bin ich aus dem 20. Jahrhundert? Äh, nein. Okay. Weiter. Achso, ja, stimmt. Das ist bei Cowboy definitiv die richtige Herangehensweise. Jaja, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich absichtlich niemanden aus… Naja, ihr wisst schon. Ähm, warte mal. Mann? Gut. Ähm, bin ich ein Mann? Ja. Sehr gut. Äh, stamm ich aus… Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ähm, 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 ähm… Stamm ich aus der… Ähm, aus dem Mittelalter. Nein. Super. Nachmacher. Naja, macht Sinn, ne? Erstmal das Zeitliche. Ja, ja, natürlich. Absolut. Äh, Flo. Komme ich… Oder bin ich in der Zeit geboren zwischen Ende des Mittelalters, also zwischen 1500 und dem Beginn der französischen Revolution? Nein. Also nichts aus der frühen Neuzeit. Äh, oh, die Frage könnte ich dir jetzt eigentlich auch stellen. Stamme ich aus der Zeit zwischen eben der Renaissance und heute? Äh, ja. Stimmt, ich hätte nach der Frage… Egal, gut. Du kommst nicht aus der Antike. Ja, das ist schon mal gut. Ähm, bin ich ein Staatschef oder Monarch? Ja. Stamme ich aus Westeuropa? Nein. Okay, das war mir fast schon irgendwie zu schön gewesen. Nicht irgendwas Verkacktes aus Osteuropa, wo ich mich nicht auskenne gewesen wäre. Next. Okay. Ähm, Karol. Marie. Bin ich aus der Antike? Nein. Das war auch schnell. Ja. Das Spiel so an sich. Achso, ja, ich bin ja dran. Ach, sorry. Ich gucke ganz selbst meine Person an und denke so, wann fragt sie denn? Okay. Gut, warte mal. Stamme ich aus dem 19. Jahrhundert? Oh, das ging aber schon. Äh, du, 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 du. Aha. Ja. Sehr gut. Ähm, bin ich Europäer in, nee, Europäer? Ich würde… Im Kontinentalsinne, also der Kontinent Europa. Ja. Okay. Bin ich ein Herrscher? Ähm, ja. Okay. Das ist ja fein. Also würde ich als Herrscher gelten lassen. Okay, gut, also, also, okay, okay, gut, dann, dann frage ich jetzt mal anders. Bin ich ein Fürst? Nein. Nein, gut. Ja, äh, dann bin ich wieder dran. Ja. Bin ich, äh, vor dem Beginn der frühen Neuzeit geboren? Nein. Also, weder Antike noch Mittelalter, gut, das heißt… Gab es im 19. Jahrhundert eigentlich Fürsten? Fällt mir gerade so ein, nee, eher nicht, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, okay, gut, na ja, stimmt, obwohl, ja, stimmt, ja, doch. In Russland sogar Großfürsten. Gut, gut, ja, in Russland. Die waren, ja. Apropos Russland. Nein. Ähm, verdammt. Ich wollte so, nein, bitte nicht. Also, also, ich stamme nicht aus Russland, ist dann quasi… Eigentlich gibt's keine Verneinungsfragen, bei, 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 wer bin ich, aber du kannst gerne die Frage so stellen. Äh, ja, gut, also, stamme ich aus Russland? Nein. Gut, ja, das geklärt. Marien darfst. Ja, stamme ich aus der Renaissance. Äh, also vom 15. Jahrhundert bis Anfang. Nein, 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 nein. Ich komme nicht weit, okay. Du bist dran. Achso, stimmt, ja, ich bin ja dran. Also, ähm, bum, 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 bum. Äh, bum, 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 bum. Ich muss mal kurz nachdenken. Ähm, ähm, war ich ein, warte mal, wie nenne ich das denn? Ja, gut, okay, äh, bin ich ein König? Nein. Gut, okay, dann haben wir das auch schon mal abgehakt. So, bin ich wieder dran. Also, ich bin nicht aus der frühen Neuzeit, ich bin nicht aus dem Mittelalter, nicht aus der Antike und nicht aus der Vor- und Früge-Geschichte. Das heißt, ich muss irgendwann nach der französischen Revolution geboren sein. Äh, bin ich, ich frage das nochmal, bin ich nach der französischen Revolution geboren? Ja. Okay. Okay, das heißt, äh, 19., 20., 21. Jahrhundert. Okay, ähm, wie frage ich das? Jetzt überlege ich gerade, ob ich ausschließe, dass quasi langes 19. Jahrhundert oder eben 20. Jahrhundert. Das im 21. Jahrhundert geboren, schließe ich mal aus, das wäre irgendwie komisch. Also, äh, bin ich im langen 19. Jahrhundert geboren? Definiere langes 19. Jahrhundert. Ja, bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, ja. Dankeschön. Das heißt, ich wurde zwischen französischer Revolution und Beginn des Ersten Weltkriegs geboren. Liegt die Hauptperiode meines Lebens im 20. Jahrhundert? Also, die Mehrheit der Jahre? Oh, das muss ich kurz rechnen. Ja, ist gar kein Problem. Äh, nein. Okay, dann, ich bin also hauptsächlich im 19. Jahrhundert. Dankeschön. So, stamme ich aus Asien. Nein. Gut. Wobei, ich muss mal... Jetzt kannst du, Marie. Was, was, wobei? Nee, nee, alles gut. Hier, falsch angaben, da ziehe ich dir das Fell über die Augen. Nein, naja, vielleicht, mal gucken. Ja, nein, vielleicht. Frag später noch mal. Okay. Gut. Ich frage mal, Karol, stamme ich aus dem europäischen Raum? Wenn du, ja, wenn du den Kontinent meinst. Wenn ich Russland. Ja, ich meine den Kontinent, ja. Ja. Okay. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich aus Frankreich oder in Frankreich bekannt worden? Habe ich einen Bezug zu Frankreich? Nein, natürlich nicht. So hat er nicht gedacht. Okay. Das wäre zu berechenbar, oder? Wobei, ich habe ein bisschen gegrübelt, ja. Nee, okay. So, also, wir haben einen Mann, ein Herrscher 19. Jahrhundert. Dann würde ich jetzt mal sagen, bin ich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geboren. Nein. Guter Tipp gewesen, Elias. Ah, nein. Ich versuchte ja immer da so ein bisschen die, also, den großmöglichen Zeitraum abzudecken. Also, ich habe hauptsächlich im 19. Jahrhundert gelebt. Das heißt, ich habe aber, gut, Flo meinte schon, ich habe nichts mit Britannien zu tun, wie ich ihm ja auch schon gesagt habe, dass er nichts mit Steppenkriegern zu tun hat. Das kann ich mir schon mal aufschreiben. Nicht-Britannien, das ist schon mal ganz wichtig, mit zehn Ausrufezeichen. Mach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Sehr schön. Ja, Ordnung muss sein. Komme ich denn, oh Gott, jetzt muss ich bei Flo überlegen. Flo kann sich natürlich gerade beim 19. Jahrhundert auch etwas aus dem amerikanischen Kontext überlegt haben. Es macht ihm zu viel Spaß, mich in die Pfanne zu hauen. Es kann aber auch gut sein, eben Europa. Jetzt bräuchte man wieder die Jeopardy-Malodie, gell? Da war da kein Problem. Habe ich die irgendwo? Nee, ich habe nur das da. Ja. Nee, das passt nicht. Ich mache es mal den bisschen größeren Kulturkreis noch, um nur sicherzugehen. Wenn ich von westlicher Kultur spreche, eben USA, die Kolonien von den europäischen Ländern und so weiter. Also komme ich aus dem westlichen Kulturkreis. Ja. Westlicher Kulturkreis. Dann muss ich es jetzt doch eingrenzen. Habe ich etwas mit außereuropäischer westlicher Kultur zu tun? Außereuropäisch-westlicher Kultur, sagst du? Ja. Also Kolonien. Also gut, Europa. Nein. Stamm ich aus Osteuropa? Nein. Bis. Nein. Egal, genau. Yep. Okay. Okay. Karol, stamme ich aus Russland? Das ist kein klares Ja oder Nein. Ja. 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 Ja, per Definition, ja. Wenn du die unsicher bist, schreib mir irgendwie gerne. Nee, nee, ich sehe es ja vor mir. Jetzt würde man das nicht mehr Russland nennen, aber damals war das so. Okay. Ost-Berlin? Dann wäre meine nächste Frage, stamme ich aus der UDSSR? Nein. Okay. Hattest du das eigentlich schon zeitlich eingegrenzt? Nee, hatte ich noch nicht. Ah, deswegen. Okay, ich wundere. Ich habe es aufgegeben und habe einfach gedacht, ich mache es einfach. Okay. Ich mache es. Eine Falle. Und an, das geht schneller. Das war clever. Sie hatte zwei Sachen beantwortet. Denkst du, ich bringe jetzt hier irgendeinen Kosmonauten oder sowas? Nee, nee, nee. Den Karol. Ach so, ich bin ja dran. Jetzt bist du dran, sorry. Ich wollte fragen und zwar, warte mal. Also, gut. Ich habe gerade über die Formulierung überlegt, wie ich das am besten. Habe ich ein Land regiert? Ja. Aha. Gut. Dann ist das jetzt noch mehr eingegrenzt, sehr schön. War ich ein Kaiser? Nein. Nein. Gut, das ist okay. Ich habe auch die ganze Zeit eine Frage für dich im Kopf, Karol. Ich bin gespannt, wie du kommst. Gut. Ich komme aus Europa. Ja. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass irgendwie ich was vergessen habe. Also, ich habe nichts mit dem britischen Kulturkreis zu tun. Das heißt, es bleibt mir nicht mit so viel über in Europa. Aber, komm ich denn aus Zentral-West-Europa? Ja. Also, eben die typischen Länder, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Benelux, sowas. Gut. Warte mal, ich muss kurz revidieren. Also, komme ich aus? Geburtsmäßig, meinst du? Okay. Habe ich meine Schaffenszeit in westeuropäischen Ländern? Zentral-westeuropäischen Ländern. Also, alles, was westlich von Deutschland ist und Deutschland. So, weißt du. Eben nicht, was wir heute als Ost-Europa bezeichnen. Ja. Es geht mir nicht um die Geburtsgegend. Gut. Dann ja. Habe ich was mit Kultur zu tun? Nee. Okay, danke. Ich hatte nämlich kurz eine Idee irgendwie, aber dann, ja. Stamme ich aus Afrika? Nein. Das gibt's halt. Also, geh mir die Regionen aus, ey. Im Schluss fragt er mich nach irgendeinem Känguru, das da in den Busch rumhoppelt. Ken-Guru. Kennst du das? Känguru. Oh, der berühmte Guru Ken. Ähm, okay, Karol, ähm, bin ich in Politik involviert? Nein. Okay. Marie, bin ich, ähm, wie soll ich sagen, so bin ich eines natürlichen Todes gestorben? Woher kommt die Frage denn gerade? Was, wieso, war das denn bei der Frage? Nein. Nein, nein. Nein. Ja, du bist aus natürlichen Tod, ähm, genau, natürlich gestorben. Ja, also keine Gewalt oder so. Gut. Du darfst weiter sprechen. Achso, du hast ja ja gesagt. Stimmt. Äh, gut. Bin ich, äh, folglich in, äh, im 20. Jahrhundert verstorben? Richtig, ja. Mhm. Oh. Mhm. Okay. Ähm. Bist du ja nicht unsterblich? Nee, das ist, äh, richtig. Ja, also, äh, nicht die Person, die, ich schon, aber die Person natürlich nicht. Also, ähm, gut, dann, ähm, ja, dann gehe ich jetzt einfach mal alle Länder ab, nicht? Ähm, bin ich Italiener? Nein. Okay. Okay, äh, habe ich etwas mit Politik im großen Felde zu tun? Ja. Okay. Bleibt jetzt nicht, also, wäre komisch, wenn ich nicht Kultur und nicht Politik, was bliebe dann noch über Medizin oder so, keine Ahnung. Ähm. So ziemlich alles andere einfach. Genau. Alter, wenn man nicht Politik und nicht Kultur ist, was ist man dann? Ja, alles andere, meine Güte. Ja, natürlich, aber. Meinst du, es gibt nur Politiker und Künstler auf der Welt, schön wär's, aber, nee, schlimm wär's, alter. Ja, weiter. Politik, ähm, war ich in der Führung und in der Leitung von Staaten unterwegs? Nein. Darf ich aus dem arabischen Raum? Nein. Sag mal. Okay. Ähm, Karol, da hab ich, oder hat meine Figur irgendetwas mit, äh, Kultur zu tun? Nein. Ja, nein. Wie? Nein, okay. Nein, nein, nein. Dann nicht, dann nicht. Okay. Ähm, was gibt's außer Politik und Kultur überhaupt? Das kann nichts, das haben wir jetzt an. Gut, ich bin ein männliches Staatsmann, ich bin, äh, europäischer Kontinent, verstorben. Äh, bin ich Brite? Oder Engländer? Ja. Aha. Gut, ähm, ja. Okay, ähm, habe ich Zigarre geraucht? Ja. Aha. Aha, okay. Das ging ja schnell. Naja, mal gucken, kann ja fast nur noch, ähm. Einer sein. Einer sein, oder? Okay. Früh schon. Gut. Ist ja ein Mann. Hm. Bin ich Winston Churchill? Ja, bist du. Wow. Ich hatte extra etwas Leichtes genommen, weil ich nicht wusste, dass wir jetzt mit Steppengruppen zu tun hatten. Oh Mann. Ne, das ist, das ist eine persönliche Fede zwischen Elias und mir, da muss ich nicht beantworten. Aha, ja, okay. Deswegen habe ich ja uns gegenseitig zugeteilt, damit wir uns schön einen reinwirken können. Ja, das war schon bei Absichten immer. Wenn ich ja keine Steppenkrieger nehmen kann, heißt das ja nicht, dass ich irgendwie nehm bin, der total bekannt ist. You don't say. Äh, Karol, willst du direkt weitermachen bei deinem zweiten Charakter? Oder sollen wir erstmal die zweite Runde beginnen, quasi? Ach so, was? Nö, macht mal weiter. Okay. Ich weiß es nicht. Ich hatte mir da keine Gedanken zugemacht. Vielleicht möchtest du. Gut. Marie ist dran, oder? Nee, ich bin dran. Nee, ich hatte schon. Ich bin dran. Du nicht mehr. Ich bin dran, ne, oder? Du warst dran, du könntest jetzt weitermachen mit deinem zweiten Charakter. Du hast ja gerade erraten, deswegen frag dich doch, ob du weitermachen willst oder ob ich... Nee, ich meine Marie ist... Warte mal, Marie war ich war... Okay, dann bist du natürlich... Genau. Hab ich etwas mit Militär zu tun? Nein. Kein Staatslenker, kein Militär? Ich in dem Sinne, wie du es wahrscheinlich meinst. Ja. Jetzt bin ich echt etwas überfragt gerade. Das dachte ich mir. Stamme ich aus Nord- oder Südamerika? Also aus... Stamme ich vom amerikanischen Parlament? Nein. Nein, gut. Alter, hab ich in der See gelebt oder was? Mir gehen ja langsam die Landmassen aus. Wie ich der Mann vom Mond? Ja. Moment, was? Nein. Okay. Du darfst, Marie. Okay. Also nicht Kultur, nicht Politik. Das, äh... Ja, was bleibt dann noch? Was gibt es noch für Bereiche? Naja, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, aber wenn man es weiß, dann... Ja, wenn man es... Ah, wenn man es weiß. Warte. Okay. Warte, ich hab's. Okay. Doch, bin ich vielleicht... Also bin ich vielleicht irgendwie Chemikerin oder Physikerin. Mit Chemie und Physik habe ich was zu tun. Ja. Uh, gleich so ein Treffer. Ich dachte... Okay, dann... Total spezifisch, bäm. Dann würde ich fragen, ob ich Marie Curie bin. Ja, sehr gut. Yay, super. Das hier jetzt, ey, das gibt's ja gar nicht. Krass. Naja, Politik, Kultur, also Frau und wahrscheinlich berühmt. Stimmt. Du hast eine Oma oder so. Aber ich dachte, ich dachte tatsächlich, dass sie aus Polen kam. Ja, Warschau. Warschau. Aber damals, genau, damals war es ja russisches Kaiserreich. Ja, genau. Okay. Ja, sehr gut, bravo. Cool. Gut. Kann ich jetzt schon deine neue Figur erfragen? Kannst du machen, aber wir machen erstmal weiter. Lass es mich genießen, bitte. Okay. Kannst du mich später ausfragen? Also, ich kann dich, egal. Oh, ja, sorry. Ja, deine neue Figur habe ich auch, du kannst Fragen stellen. Gut. Bin ich eine Frau? Ja. Ah, ja. Das ist interessant. Das ist ja sehr abwechslungsreich. Bin ich im 18. Jahrhundert geboren? Nein. Aha. Du hast gesagt 18. Jahrhundert, ja? Ja. Genau, nein, du bist nicht im 18. Jahrhundert geboren. Okay. Flo, ich glaube, wir werden gnadenlos untergehen, weil wir uns hier so ... Das fäng ich halt mal an, Junge. Ja, Freaks unter sich, ne? Sag ich mal so. Okay, ich bin kein Staatslenker, ich bin kein Militär. Ich habe aber was mit Politik zu tun. Ich komme aus Zentral-West-Europa, nicht von der Insel. Das heißt ... Frage ich mal, komme ich aus Frankreich? Nein. Okay, danke. So, also ich bin ein Typ. Ich komme nicht aus dem Mittelalter, nicht aus der Renaissance. Ich stamme aus der Zeit zwischen Renaissance und heute. Ich war ein Herrscher. Ich komme nicht aus Westeuropa, nicht aus Osteuropa, nicht aus Russland, nicht aus Asien, nicht aus dem arabischen Raum, nicht aus Afrika, nicht aus Nord- und Südamerika. The fuck, wo komme ich her? Hast du schon eine Idee, Carol, oder Marie? Habt ihr schon Gedanken, wo es noch Regionen in der Welt geben könnte? Ich habe mich zu sehr auf das andere konzentriert, nein. Ich bin ein Mann. Stamme ich aus dem Pazifikraum? Ja. Aha. Warte mal. Mann, 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 wann hat denn der gelebt? Das muss ich jetzt kurz googeln. Übrigens, das mit dem Googeln ist auch ganz interessant, ne? Das geht ja normalerweise, wenn man das Spiel am Tisch so spielt, nicht, ne? Oder? Doch? Nee. Ist das ... Nee. Das ist quasi ... Ja, da könnten sie so komplizierte Figuren irgendwie übersuchen. Ja, ja. War ich ein König von Hawaii? Ich befürchtete genau das, dass das eintrifft. Sobald er das Land rausbekommen hat, hat er es eben. Ja, du warst ein König von Hawaii. Oh, oh. Bin ich Kamehameha der Erste? Ja. Wie hieß der nochmal? Flo? Kamehameha der Erste. Der Große. Der Große. Ist das nicht ein Lied? Kamehameha, Kamehameha. Das ist auch ein Move aus Dragon Ball. Ah, okay. Kamehameha, und dann, ja, war einer der hawaiischen Könige. Einer der wichtigsten Könige auch überhaupt. Und mit ihm kommt dann ja auch der große Kontakt mit der westlichen Welt. Also, ähm, sein, was ist denn Neffe? Also, was ist das Umgekehrte von Neffe? Also, Kamehameha, äh, Kamehameha war der Neffe von dem Häuptling, der... Sein Onkel meinst du? Ah, danke. Sein Onkel hat James Cook festgenommen und dann getötet. Ah, oh, der war das? Okay. Die Aussprache... Ja, Hawaii hat eine spannende Geschichte. Kalani Opu, genau. Achso, hätte ich noch... Kalani Opu. Hätten wir noch was zu Winston Churchill sagen müssen? Nee, ich glaube nicht, ne? Das ist relativ klar. Ja, das ist... Na, vielleicht weiß ich, Marie Curie, äh, vielleicht noch? Nö, ne, ich glaube ich auch. Googelt das einfach mal, Leute. Ja, Physikerin, Radium, ja. Genau, keine Französin übrigens. Ja, dachte ich auch. Aber ich hatte auch... Ist die nicht ähnlich wie bei Chopin? Genau, das ich hatte... Bei Flo, äh, hatte ich auch kurz an, ähm, äh, Chopin gedacht, aber ich bin ja weiblich. Nein, das, äh, stimmt. Außer ich wäre jetzt irgendwie an ganz bahnbrechende neue Erkenntnisse über das Leben von Chopin gelangt, liegst du leider Gottes falsch. Genau. Naja, ähm, gut, dann wäre Marie dran, ne? Okay, jub. Ähm... Neue Figur. Neue Figur, okay. Äh, bin ich ja eine Frau? Nein. Nein, äh, okay. Weiter. Gut, also ich bin eine Frau, ich bin nicht im 18. Jahrhundert geboren. Okay, bin ich im 19. Jahrhundert geboren? Ähm, richtig, ja. Ach ja, gut. Ähm, ja, ich ändere meine Zeitspanne nicht. Ja, ja, das, ähm. Bin ich eine, eine, bin ich im künstlerischen Sinne, äh, für meine künstlerische Tätigkeit, äh, bekannt? Nein. Aha, nein. Achso, nein, ich schreibe mir einfach nein hin. Was, nein? Nein. Nein. Äh, gut. Komme ich aus Deutschland? Wieder dasselbe wie vorhin deine hauptaktive Zeit, oder was? Ja, ja. Warte mal, muss Marie mich nicht noch? Hat sie schon? Ach ja, hat sie. Ach, das ging so schnell. Ich schon. Das ging so schnell. Wo die geboren sind, sagen mir ja meistens eh nix. Also, äh, deswegen immer die aktive Zeit. Außer ich sage explizit, äh, Geburt. Gut, also ich bin, ich war in Deutschland aktiv, bin eine Frau, habe irgendwas mit Politik zu tun. Äh, ich möchte mal kurz jemanden anrufen. Äh, oh, mein Handy vibriert, was geht denn hier ab? Äh, gut, ich muss es zeitlich noch ein bisschen eingrenzen. Äh, war mein Hauptschaffenszeit nach 1850? Ja. Okay, nach 1850. Äh, war ich noch im 20. Jahrhundert, oder lebte ich noch im 20. Jahrhundert? Ja. Okay. Gut, das hilft mir jetzt viel weiter. Ähm, war ich noch in der Gesellschaft aktiv zur Zeit des Ersten Weltkrieges? Ja. Mhm. Äh, war, hab ich mich, das klingt jetzt blöd, also nicht unbedingt dadurch, dass ich geschossen habe, aber war ich aktiv auch im Ersten Weltkrieg beteiligt? Wenn man das versteht. Nein. Moment, hä? Sei es nur dadurch, dass ich irgendwo auch geholfen habe, karitativ oder irgendwie so, sowas. Oder, nee, das ist, das ist zu weit, zu behoffnig. Ja, dann ja, dann ja. Okay, ja, gut. Ich, äh, muss hier noch ein bisschen präzisieren. Also ich wollte nicht, ob ich halt, äh, an, an einer Front war, sondern ob ich eben, äh. Okay, bin ich bekannt dafür, mich während des Ersten Weltkrieges karitativ, äh, betätigt zu haben? Nein. Okay, danke. So, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Klassischer Anfang, bin ich eine Frau? Ja. Oh. Stamme ich aus Afrika? Nein. Gut. Marie, du bist. Ähm, okay, ich bin ein Mann, bin ich in Politik engagiert? Nein. Oder, ne, ach Gott. Warum geht das immer so schnell? Fuck, schau. Du bist dran. Ja, wird mir jetzt nicht anders gehen. Ähm, bin ich in Politik involviert? Nee. Hä? Ja, nein? In keiner hinzu. Äh, 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 ja, du bist in Politik involviert. Ach, sowas. Ach. Okay. Bin ich ein, äh, 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 warte mal, bin ich im 20. Jahrhundert verstorben? Ja. Mhm. Ja, nun. Da bist du auch nicht unsterblich. Nee, 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 das ist richtig, das ist richtig. Ähm, bin ich politisch aktiv in, äh, auf dem europäischen Kontinent? Ja. Ach, auch noch. Oh, super. Okay, bin ich Britin? Nein. Okay. Gut. Okay, äh, hab ich etwas mit einer Frauenbewegung zu tun? Ähm, was? Ach so, du bist jetzt, ach so. Kachel, das vercheckst du jedes Mal, oder? Was? Nein, ich, äh, nein, 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 ich, nee, 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 ich dachte jetzt, die Frage geht an Marie, ich hab mich grad gemacht, passt so schön. Okay. Ja, ich hab, ich hab auch Angst, dass wir irgendwie dieselbe Figur irgendwie genommen haben, aber egal, wir machen einfach weiter. Oh, so. Die Frage ging an Flo, hab ich was mit einer Frauenbewegung zu tun? Steht in meinem Wikipedia-Artikel was für eine Frauenbewegung? Ja. So, hm, hm, da hab ich hier ja so ein paar gerade offen. Ist jetzt die Frage tatsächlich, ähm, ich hatte ja meine hauptaktiven Zeit nach 1850, bin ich denn auch nach 1850 geboren? Ja. Gut, das verringert leider meine Auswahl nicht, weil die alle nach 1850 geboren sind. Ähm. Aber du hast Zeit überbrückt, das ist gut. Ja, 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 labern kann ich, wenn auch nicht viel mit Inhalt. Ähm. Das ist eine hohe Kunst, dafür kannst du die Politik. Ey, ich suche eine Frau, die in der Politik war. Das sind sie halt irgendwie alle gerade. Ähm. Bin ich denn, ach Gott, wie kann ich das denn gerade, die noch auseinander, die sind ja fast im selben Jahr gestorben. Äh. Bin ich vor Beginn des Ersten Weltkrieges, äh, des Ersten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges verstorben? Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, hast du gesagt? Ja. Ja. Okay, dann kann die schon mal weg. Äh. Vor Beginn zweiter WK tot. Gut, äh, du sagtest ja auch ein bisschen wieder, ähm, ich gehe mal nach dem Geburtsland, vielleicht ist das tatsächlich was, weil da hast du ein bisschen wieder gezögert, es hilft mir aber da nicht besonders weiter, sehe ich, das ist blöd. Ähm. Gut, ich muss leider die alte, äh, in die Klischee-Krifte, äh, in die Klischee-Kiste greifen und fragen, komme ich, wenn man modern spricht, aus Ostdeutschland, geboren? Nein. Okay, dann kann ich die in Sachsen-Geborene auch wegmachen. Das Ganze, aber richtig beruhige ich dir. Gut, nachdem wir von Sachsen kommen, wo gehen wir nur hin? Ähm, Frau, nicht in Afrika. Komme ich aus Europa? Also, äh, stopp, ja, okay, naja, dann muss ich gleich, ne, passt schon, muss ich gleich präzisieren. Marie? Okay, ähm, bin ich in Europa aktiv? Ja. Das war so ein, ja, okay. Ja, ja, ne, also, ja. Okay, ähm. Weiterbegriffen. Komme ich, komme ich aus Russland, oder? Nee. Erweitet es, okay, dann keine Russland mehr. Okay, ich bin eine Frau, die im 19. Jahrhundert geboren und im 20. Jahrhundert verstorben ist. Ich bin nicht in der Kunst, äh, äh, tätig, oder hab nichts mit Kunst am Hut. Ähm, bin Europa, in Europa aktiv und in der Politik, ähm, habe ich, ähm, war ich während des Ersten Weltkrieges aktiv, also politisch aktiv? Äh, äh, ja, ja, du warst politisch aktiv während dem Ersten Weltkrieg, auch wenn nur leicht. Aha, okay. Könnte ich. Politisch aktiv Ersten Weltkrieg, ja. Also was jetzt, ja, ja, leicht? Ja, es ist ja. 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 Ähm, bin ich, äh, in Deutschland aktiv? Ähm, also. Ja. Ja, mhm, ja, mhm, beziehungsweise war das ja damals nicht Deutschland, sondern, ne, da war es schon, ähm, 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 bin ich, ähm, bin ich, das ist eigentlich eine ganz gute Frage von dir, Elias, bin ich eher im, äh, Westen, ja, bin ich eher im Westen, äh, Deutschlands, sonst, nein, weiß ich, ähm, hier Dingsbums, äh, 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 ganz präzise wo? Ja. Westdeutschland? Westdeutschland. Im Westen von Dingsbums. Im Westen von Dingsbums, genau. Ne, ähm, war ich im Westen, äh, des Landes aktiv? Nein. Aha. Äh, gut, ich muss das fragen, äh, wurde ich außerhalb des Gebietes, was heute Deutschland heißt geboren? Ja. Ich hab mich so angesprochen. Uhu. Also. Gut, äh, ich würde eigentlich gerne mal, äh, äh, Bianca, nicht, doch, genau, Bianca weiter anrufen. Die könnten mir bestimmt nicht sagen, wer, wer das ist. Ich hab hier jetzt gerade die, äh, ist, die sind beide, dann fällt die weg, die ist nämlich in, da, äh, war das irgendwo da, in Norddeutschland geboren. Da haben wir hier noch zwei. Äh, jetzt versuche ich mich dran zu erinnern. Du hast gesagt, ich hab noch während des Ersten Weltkriegs gelebt. 1914 wäre dann natürlich arg. Äh, 21. Juni. Gut, ähm, hm. Vielleicht dann doch eher das, äh, komm ich aus Österreich? Nein. Dann ist es die auch nicht. Verdammt. Also wenn die jetzt in den nächsten Parminen... Wie viel von uns sind, wenn die dann politisch aktiv waren? Äh, viele. Viele? Uh, cool. Das ist immer wieder erschreckend, wie wenig mich Elias kennt, aber egal. Okay. Äh, ich packe gleich die Steppenkrieger aus. Ich hatte geklärt, ich komme nicht aus Europa. Bitte lass deinen Steppenkrieger sonst wo stecken. Äh, komm ich aus Asien. Ja. Ja, sehr schön. Jetzt kann ich noch auf Steppenkrieger umschwenken. Wieso, du bist eine Frau aus Asien. Gibt's da große Steppenkriegerin? Ähm. Zum Beispiel die, äh, Frau von Genghis Khan. Börte. Die Dörte? Die Dörte. Die, äh, Dörte Börte. Die hat auch mitgekämpft. Ha. Achso, okay. Dirty Börty. Dirty Börty. Ähm. War ich eine Herrscherin? Oder bin ich eine Herrscherin? Ja. Komme ich aus Ostasien? Äh. Äh, nein. Alles ästlich von Indien. Gut. Marie. Okay, ja, ja. Ähm. Zu früh. Bin ich, bin ich aus, Großbritannien? Was? Achso, nee. Oh Mann, nee. Hilf mir doch. Okay, weiter. Bist dran. Hatte ich schon gefragt. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz. Mann, verdammt. Äh. B-b-b-bam, 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 ich muss kurz nachdenken, ähm, bin ich eines natürlichen Todes gestorben? Nein. Aha. Das dachte ich mir schon. Komm schon, Elias, du weißt das. Wer bin ich? nur weil du gerade das Glück hast Kami Hami Hata herauszufinden was Glück das war kein Glück das war alles können du weißt meine Rache wird fürchterlich sein und wahrscheinlich auf einem Pferderücken mit einer Fellmütze bekleidet und mit einem Bogen in der Hand daher galoppiert kommen aber sowas von ja komm schon Elias hau was raus ich hab gefragt ob ich Österreicher bin Österreicherin bin habe ich Nein bekommen das war die Runde vorne dran ach bin ich schon wieder dran ja du bist wieder dran Elias deswegen warten wir auf deine Weile es müsste Österreich sein Österreich oder nichts komm ich aus dem Gebiet des heutigen Osteuropas also geboren passt sie dann doch hab ich viel vom Ersten Weltkrieg mitbekommen ja dann passt die doch nicht die wurde zumindest in irgendwo in Polen geboren Prag in Prag geboren Polen ist nicht Prag Prag ist nicht Polen das ist mir schon bewusst dann sind wir wieder bei Tschechien also nur so als also war keine Leine Frage aber hab ich gefragt hab ich viel vom Ersten Weltkrieg mitbekommen oder hab ich wenig vom Ersten Weltkrieg ja das hast du gefragt und dann hab ich auch ein Jahr bekommen du viel ja das ich weiß mir gerade unten sicher ob ich ein Jahr bekommen habe da bin ich nämlich nicht Bertha von Suttner weil die ist am 21. Juni 1914 in Wien verstorben da hat sie die Juni-Krise nämlich wie noch ein paar Tage mitgemacht dann ist sie verstorben okay ich Moment mal ich hatte gefragt ob ich aus Osteuropa komme dann komme ich doch aus Osteuropa warum schreibe ich mir das auf die Seite Osteuropa das weiß ich nicht das weiß ich selber nicht die Nacht war kurz ähm das heißt ich bin irgendwie aus Osteuropa dann kommend nach Deutschland eingewandert äh bin ich bin ich auf dem was ist das wieso sumst du die Internationale er freut dich schon ich glaube wirklich komm schon Elias ja ja das war kurz äh ich nehme mal an ich komme aus dem Gebiet von Russland also das Dachmal in Russland ja es macht es mir doch nicht so leicht ich war auf falschen Wegen ich war in der Frauenbewegung nicht so leicht du bist immer noch auf der ersten Figur eben deswegen wollte ich sie gerade warte mal Sekunde das ist immer noch seine erste ja ach du steig oh Gott äh komm ich aus dem Gebiet des damaligen Kongress Polen oh Gott das ist jetzt die Wikipedia-Seite vorgelesen ist absolut richtig oh nein bin ich in Samosch geboren ja oh nein scheiße Leute ich habe ein Problem Justin we haben ein Problem oh Gott Also ich nicht, also ich nicht, ich glaube eher Marie. Ich schon. Ich habe dieselbe Figur ausgesucht. Ja, ich habe es ja schon gedacht. Egal. Aber Elias hat uns doch nicht gesagt, welche. Ja, eben. Ich weiß auch nicht. Bin ich zufälligerweise am 5. März 1871 geboren. Oh Gott, zufälligerweise. Oh Gott, meinst du ein Zufall? Ja. Wie geht man jetzt damit um? Ich kann ja noch weiter bei Marie nachfragen. Lass den Elias mal fertig machen. Also lass dem Elias antriegen. Das ist seine erste Figur schon. Komm, hopp. Gibt es zufälligerweise eine, wie heißt denn das? Egal, bin ich Rosa Luxemburg. Nein, du bist ihre weniger bekannte Schwester, hellblau. Natürlich bist du Rosa Luxemburg. Mann, 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 das hat ja lang gedauert. Weißt du was? Also Elias, Flo als alter Sozialdemokrat, das müsstest du sofort wissen. Deswegen sag ich doch, der kennt mich so schlecht. Das erschüttert mich. Ja, mich auch. Ich war bei der Frauenbewegung, die waren auch alles SPDlerinnen. Das passt sogar noch besser. Tja. Ja, Marie. Jawohl, du bist Rosa Luxemburg. Ich hatte jetzt mit weniger bekannten Persönlichkeiten gerechnet. Du weißt nicht, wie die in der Frauengeschichte gerade war. Also ich sagte, ich habe Namen gegoogelt, die habe ich noch nie gehört. Aber okay. Du bist mir in meine linksgrün versiffte Falle getappt. Linksgrün-Honig-Falle. Oh ja. Mist, jetzt bin ich natürlich meiner ganzen Fragen beraubt, weil nachdem du dann die Ermutung bejaht hättest. Was? Wenn du willst, hast du gewonnen. Wie gewonnen? Wenn du willst. Wenn du willst, hast du gewonnen. Wie du willst nicht. Wenn die das so im Krieg machen würden, hast du gewonnen. Nein, also wenn es halt durch Zufall dieselbe Person ist, also. Ja, 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 ja. Pech, ne? Also, nun gut. Ja, wie gehen wir? Ich stehe nochmal erst dran oder wie gehen wir jetzt vor? Ja, wie gehen wir jetzt vor? Du kannst versuchen, eine andere Figur zu erraten. Ich kann eine andere, ich habe eine andere Figur schon bereit. Okay, gut, gut, gut. Dann streiche ich hier alles schnell. Genau. Zack, zack, zack. Dann frage ich jetzt noch schnell den Elias. Ist nicht Marie noch vorher dran? Ja. Es gibt keine Runden mehr. Du hast gerade gewonnen und nach dir war ich dran, oder nicht? Ah, okay. Jetzt komme ich schon durcheinander. Und dann kommt Marie dran. Ja, sorry. Ja, du kommst mit deinem eigenen System durcheinander. Ja, schrecklich. Ach, hey. Normalerweise kann man das schon. Ich darf es dir. Ich bin erschüttert. Also, wir haben festgestellt, ich bin eine Frau, ich stamme aus Asien und ich bin eine Herrscherin gewesen. Stamme ich aus der Zeit nach der Französischen Revolution. Gut, sehr schön zu wissen. Karol. Marie. Stamme ich aus Osteuropa? Äh. Äh, nö. Okay. Dann können wir weitermachen. Mhm. Dann frage ich dich jetzt nach der neuen Figur. Genau, nach der Figur Nummer drei. Bin ich ein Mann? Ja. Na klar, war ja logisch. Bin ich im 18. Jahrhundert geboren? Nee. Sind wir hier bei Zeitsprung oder was? Da wäre es das 19. Egal. Gut, bin ich aber ganz am Anfang. Bin ich männlich? Ja. Männlich. Komme ich aus dem westlichen Kulturkreis? Ja. Westlicher Kulturkreis, wow. Ja, damit mache ich die Verbindung zwischen den Kolonien und Europa halt. Ah, sehr gut. Danke für den Hinweis. Das, äh. Er ist doch ein schlauer Bursche. Ich könnte natürlich sagen, komme ich aus Europa und USA und Australien und Neuseeland. Aber, äh. Aber viel eingreifen würde das nicht. Aber das ginge nicht, weil da müsste er mehrere Staatsangehörigkeiten haben und das ginge nicht. Nein, egal. Genau. Bin ich nach 1500 geboren? Ja. Bin ich nach der französischen Revolution geboren? Ja. Bin ich, oh Gott, jetzt bin ich wieder in dieser Zickenmühle drin. Was machst du jetzt? Gut, egal, ich mach dich mal andersrum. Bin ich im 20. Jahrhundert geboren? Nein. Okay. Okay. Okay, also, ich bin nicht nach der französischen Revolution geboren. Ich stamme aus... Ich lese gerade den... Das habe ich gar nicht mitbekommen. Den Gruppenchat. Was ist denn das hier? Was? Vier Stunden Schlaf, Elias. Sieben Stunden Schlaf. Flo. Drei Flaschen Bier. Flo. Was? Okay, ja, ich... Entschuldigung. Ganz normaler Mittwoch. Ich stamme nicht aus Ostasien. Stamme ich vom indischen Subkontinent. Du stammst vom indischen Subkontinent. Oh. Der ist groß. Der ist verdammt groß, sage ich dir. Stamme ich aus Delhi? Was? Ja. Stamme ich aus Delhi? Ach, Delhi. Ich habe Delhi. Das ist okay. Ja, ich habe mich versprochen, das ist... Drei Flaschen Bier. Nee, daran liegt es nicht. Es war gleichzeitig... Ein Glas Gin, drei Flaschen Bier. Nee, Gin hatte ich heute noch nicht. Das muss gleich noch kommen. Stamme ich aus dem 13. Jahrhundert? Ich habe es zu leicht gemacht, ja? Scheiße. Bin ich die Sultanin von Delhi namens Rassia? Ja. Oh. Great, Alter. Gut. Gut. Jetzt kannst du dir ein Glas Gin bereiten, Flo. Da bist du immer dafür kurz weg, wenn er auf mich verzichten könnte. Ja, für eine Minute geht das schon. Ja gut, dann macht ihr aber weiter. Ich gehe mir mal Gin holen zur Belohnung. Natürlich, musst du, ja. Oh, okay. Ja, es war zu einfach. Verdammt. Fand ich nicht, aber okay. Ja, äh, das... Ich werde noch ein bisschen an... Freaks unter sich, ja. Ich werde noch ein bisschen an meiner Aufgabe nagen wahrscheinlich und, äh... Naja, ich muss mir... Das ist immer noch die eine, die wir noch mal... Nein. Ach nee, das war ja... Das war ja rosa. Ja, ja. Gut. Okay. Äh, dann darf ich doch fragen, oder? Ja. Genau, also... Ein Mann aus Westeuropa. Das ist das Einzige, was ich habe. Bin ich nach der Französischen Revolution geboren? Uff, warte mal. Ich würde sagen, nein, aber ich muss noch mal sicherheitshalber gucken. Ah, warte mal. Ah, ist vielleicht nah dran, okay. Warte mal, mal schnell mal checken hier. Ach so, ja, doch, ja, bin ich, ja, doch, 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 doch. Okay. Gott, bin ich ein ahnungsloser Freak, ey, oh Gott. Ja, oh Gott, beinig. Okay, dann muss es schon berühmt sein. Bin ich... Nichts mit Politik zu tun? Mhm. Ah, und nach... Okay, bin ich ein Künstler? Ja. Ah, ähm... In Musik, ein Musikkünstler? Ja. Uh, uh, jetzt geht's hier los. So viel Gas hatte ich noch nie. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ganz ruhig, tief durchatmen. Ähm, okay. Schlechte Neuigkeiten. Der Gin ist alle. Kein Gin mehr. Nein, ich habe in ganz schlechter Hausmännischer Qualität vergessen, mein Eis zu erneuern. Ich habe keine Eiswürfel mehr gehabt. Gin ist noch da, aber kein Eis. Oh, oh. Also muss ich eine Flasche Bier tun. Okay. Prost. Prost. Ähm... Ist denn unser Musiker von Deutschland? Abschüttel nicht vergessen. Äh, ja. Also von Deutschland oder vom ehemaliges? Okay, ja. Äh, da muss ich suchen, weil ich mich da nicht so aufsinnere. Gibt's viele, ja. Da gibt's viele, ja. Ja, genau, du hast... Ah, Mist. Ähm... Ist es vielleicht... Ich fange schon mal an mit Name-Guessing. Gibt's das, ja. Ist es vielleicht Ludwig van Beethoven? Nein. Ah, okay. Oh, das war clever wegen dem Jubiläumsjahr. Äh... Hätte nahegelegen. Echt? Ja. Das heißt... Wir, die total ahnungslosen... Das heißt, naja, das wusste ich natürlich. Das natürlich, genau. Okay, Carol, du bist dran. Ach so, ja, stimmt. Ich bin dran. Also wir hatten Mann, 18. Jahrhundert nicht. Bin ich im 17. Jahrhundert geboren? Auch nicht. Ach, guck, ich dachte, du wechselst jetzt das Schema. Mist. Vielleicht aber auch in die andere Richtung, ne? Äh, stimmt auch wieder. Verdammt. Okay, mal gucken. Äh, lieber Flo, bin ich im 19. Jahrhundert geboren? Ja, lieber Elias, das bist du. Danke für die Antwort, lieber Flo. Gerne, lieber Elias. Geboren. Sehr schön. Äh, also männlich, westlicher Kulturkreis. Äh, ich bin im 19. Jahrhundert geboren. Das ist jetzt ein natürlich immer noch sehr großer Zeitrahmen. Ich komme immer noch nicht von der britischen Insel, hoffe ich, weil auch meine zweite Persönlichkeit nichts mit Steppenkriegern zu tun hatte. Nein, ich habe mich an unsere Absprache gehalten. Du bist nicht von der britischen Insel. Ich habe auch, oder? Was? Ich habe mich auch an unsere Absprache gehalten. Ja, das war jetzt auch nicht irgendwie dir zu unterstellen, dass du es nicht getan hast, sondern einfach nur zur Bestätigung deiner Annahme. Du wolltest uns sicher gehen. Keine Angst, keine Angst. Ich halte mich an Absprachen. Ähm, dann ist jetzt die Frage, was hatte ich zu tun? Machen wir das große Feld der Politik auf, sonst gibt es ja nichts. Habe ich was mit Politik zu tun? Jetzt habe ich die Kultur auch voll rausgeschmissen. Nein. Nicht Politik. Nein. Und Politik bezieht der Militär schon irgendwie ein bisschen ein zu der Zeit, oder? Wie hast du das Wort? Moment, Moment, Moment. Okay, nein. Moment, Moment. Also, Fräulein, so nicht. Ich gehe jetzt nicht irgendwie die Ausführung der Politik, ist das Militär oder so, oder wie das hieß. Egal. Machen wir weiter, ja. Ja, ich bin durch. Da wäre Marie jetzt dran. Ah, sorry, ja. Okay, ist die Figur, also bin ich im 19. Jahrhundert aktiv gewesen? Ja. Ja. Okay. Ich kenne mich da immer noch nicht so richtig aus. Ist es vielleicht Robert Schumann? Nein. Nein. Ich küsse einfach ab und an, weil ich keine bessere Idee habe. So. Ja. Okay, aber 19. Jahrhundert ist es auf jeden Fall. So, du bist dran. Stimmt. Ich muss erst mal hier den Twitch-Channel ausmachen, weil der schreibt mir hier dazwischen. So. Ich habe auf Twitch derweil ein bisschen Elias gebasht. So. Also. Mann. Nicht 18. Ist nicht 17. Ja, dann bin ich im 19. Jahrhundert geboren? Ach nicht. Ach du heiliger Bim Bam. Jetzt wird es ja haarig. Oh Gott. Ich habe den Schema geändert. Ja. Gut. Dann hast du ja ein Nein bekommen. Das heißt, ich darf mich wieder mit Flo herumschlagen. Übrigens, Klausewitz kriegt die Fortsetzung von Politik nur mit anderen Mitteln und so weiter. Habe ich was mit Militär zuzutun? Ja. Ja. Militär. Ausrufezeichen. Macht zwei draus. Ist mein Hauptaktionszeitraum. mein Schaffenszeitraum auch im 19. Jahrhundert? Ja. Okay. Hatte ich noch gar nicht gefragt. Jetzt wieder die Frage. Europäischer Kontext oder Amerika? Habe ich was mit Europa? Oder war mein Aktionsraum in Europa? Mein Hauptaktionsraum? Dein Hauptaktionsraum. Also wenn ich mal kurz rüber geschippert bin und am amerikanischen Bürgerkrieg mitgekämpft habe, meine ich das nicht. Nein. Also nicht Europa. Okay. Dann bin ich dran. Bin ich auch in Deutschland geboren? Ja. Jetzt wird es schon enger. Jetzt wird es schon enger. Okay. Deutschland, Musik, nach 1800 irgendetwas. Aber ist Schumann nicht auch in Deutschland geboren? Fällt mir grad so auf. Ja, der war doch ein Zwicker, oder? Oder sowas. Genau. Ich glaube, ich habe Schumann schon gefragt. Habe ich nicht. Ja, ja, nee, klar. In der letzten Runde. Ist ja auch in Deutschland geboren. Deswegen habe ich das jetzt. Bache ist es nicht. Ich glaube, mit den Daten nicht. Habe ich klassische Musik komponiert. Ja. Schön. Was sonst? Was sonst? Keine Ahnung. Vielleicht hat er schon Jazzmusik komponiert oder so. Jazz im 19. Jahrhundert. Ja, so total. Es gibt Stücke von Beethoven, die da in die Richtung gehen. Ja, aber die werden nicht als Jazz bezeichnet. Von ein paar Enthusiasten schon. Von ein paar Enthusiasten schon. Oh, Himmel. Okay. Also nein, ne? Okay, okay, okay. Wenn nicht. Na, ich bin dran. Schubert ist es nicht. Ich bin dran. Ah, okay. Ich habe ja nein gesagt. Ah, sorry, 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 sorry. No. Ja. Okay, ja. Okay. Ne, was? Wie? Ja. Ich war schon? Scheiße, ja. Ne, was wäre jetzt? Ich jetzt? Ja, ne, doch. Ja, doch, du bist dran. Frag. Ideas kommt mit dem System durcheinander. Ja, ja. Viel kommt. Gut, dann müssen wir das Pferd jetzt mal irgendwie anders aufzäumen. Pferd jetzt auch mit Steppenvölkern. Ja. Ich habe Marie erwähnt mit zugeschoben. So die Karte hier. Oh, Mann, ey. Also 17., 18., 19. ist es nicht. Stamme ich aus, was? Was hast du gesagt? Ja, 17., 18. und 19. Jahrhundert ausgeschlossen. Exakt, das ist richtig. Stamme ich aus dem Mittelalter? Nein. Okay. Ist mein Hauptaktionsradius in den Vereinigten Staaten von Amerikam? Nein. Geht's dir gut? Ja, ja, ich bin nur übermüdet. Oh, Mann, Marie, du machst mich alle. Das ist natürlich eine wunderbare Auswärts. Handicap, deswegen. Du bist doch armer Student, hast du vorhin extra betont. Arme Studenten kommen mit vier Stunden und weniger Schlaf locker aus. Nur reiche Studenten brauchen mehr. Also. Oder eben nicht dieses Mal. Egal. Ja, ja. Marie, ich bin ohne Aufgabe. Ich weiß, ich weiß. Ich bin echt irgendwie verzweifelt an Googlen irgendwie. Musikkünstler wie in der Klassik Deutschland. Okay, dann versuche ich einfach. Vielleicht Richard Strauss? Nein. Oh Gott. Du bist dran. Ja. Oh Mann. Du könntest so, das ist einfach wirklich immer durchgehend. Fängt mein Nachname mit A an? Fängt mein Nachname mit B an? Fängt mein Nachname mit C an? Oh ja. Eigentlich würde es ja helfen bei der Liste, die ich habe. Bei Rosa Luxemburg, wo ich dann frage, fängt mein Vorname mit R an. Okay. Also jetzt ich. Das heißt, ich bin in der Neuzeit, also ab dem 16. Jahrhundert geboren. Nein. Ach, weißt du was? Lass mich doch in Ruhe. Du, 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 du. Es ist auch deine dritte Figur, es tut mir leid. Also nicht USA, nicht Europa. Aber westlicher Kulturkreis. Yes. Komm ich aus dem fernen Osten, a.k.a. Australien? Äh, nein. Äh, nein. Kommt vielleicht noch Kanada dran? Ich bin mal gespannt, wie rassistisch er ist. Naja, egal. Ähm, okay, fängt mein Nachname mit S an? Der Nachname? Ja, ich mach's wirklich so. Nein. Wie viele Buchstaben das Alphabet? Ich weiß nicht mehr genau. Gut. Ja, aber X, Y, Z und so, das kannst du relativ ausschließen schon mal. Stimmt, stimmt. Also, cool. Außerdem konnte ich mit S die ganzen Schumanns, Strauß, Stockhausen und so weiter ausschließen. Okay, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Okay, also ich, Mann und vom 16. bis zum 19. Jahrhundert nichts dergleichen und auch im Mittelalter. 20., das bin ich im 20. Jahrhundert geboren. Auch nicht. Leck mich doch am, was zur Hölle? Die kommt bestimmt mit Jesus oder so im Quar. Oh, nein. Ja, ja, aber kann man sich für mich lustig machen, ne? Ah. Flo, hab ich was mit Kanada zu tun? Nein. Jetzt gehen mir aber die Länder aus, dem westlichen Kulturkreis, die nicht in Europa sind. Ja. Fängt mein Nachname. Wenn du nur sag, ich guck dir grad mit Begeisterung im Twitch zu, wie du daran verzweifelst. Okay. Sorry, Marie. Sorry, sorry. Jetzt zeigt er mir den Mittelfinger, wie unverschämt. Hätte ich auch gemacht, also. Wie nachvollziehbar. Fängt mein Nachname mit B an. Wie bitte? Fängt mein Nachname mit B an. Ich bitte um, bitte buchstabieren. Bertha. Ja, gut. Nein. Nie Bertha. Gut. Okay. Dann bin ich wohl in der Antike geboren. Richtig. Ich fände es witzig, wenn es das 21 gewesen wäre. Oh je, oh je, oh je. War ich ein Philosoph? Nein. Oh nein. So, ich habe nicht Europa, nicht die USA, nicht Australien, nicht Kanada, aber westlicher Kulturkreis. Komm ich aus Neuseeland? Nein. So, und jetzt weiß ich tatsächlich keine mehr. Das war sehr spezifisch. Ich sag's dir. Ich bin echt blank. Was ist noch? Westlicher Kulturkreis. Deswegen sage ich, das ist einfach gelebter Rassismus. Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Aber naja. Scheiße, ich habe hier nur Russen. Was? Ich habe hier. Falsche Seite. Wir haben definitiv falsche Seite, aber bin ich berühmt? Vielleicht bin ich total unberühmt. Ja, bist du. Du bist berühmt. Super. Was für eine Frage, ey. Bin ich für ein besonderes Instrument bekannt? Also habe ich eine Spezialität auf irgendwie, keine Ahnung, Klavier, Orgel, was weiß ich? Nein. Nein? Oh Mann. Es wäre schön, wenn er nur Klarinette gespielt hätte. Klarinette? Ja. Also ein Mann, der im 19. Jahrhundert Jazz auf Klarinette spielt. Genau den hier. Klingt nach Beethoven. Ich bin dran. Warte, warte, warte. Nee, ich habe Nein gesagt. Ah, du hast Nein gesagt? Mist. Also du hast dann ein Instrument, speziell ein Instrument oder so gefragt, habe ich Nein gesagt. Okay, okay, okay. Also Mann, Antike. Wow, bin ich weit. Ähm. 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 War ich ein Herrscher? Ja. Aha. Hab ich, äh, bin ich ein Grieche? Ja, ja, lasse ich gelten, ja. Ja, ja, lasse ich gelten? Ja, ja. Ja, ja, lasse ich gelten. Herrscher. So, okay. Ähm. Das wird ja jetzt, oh Gott, 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 oh Gott. Hast du jetzt auch eine Liste? Ah, ah. Hab ich, hab ich. Gehst du jetzt auch durch Nachnamen durch? Okay. Beginnt mein Vorname mit A? Dein Vorname? Ja. A wie Anton zum Beispiel, ja? Ja, wie Anton. A, okay. Ist mein Vorname Alexander? Ja. Bin ich Alexander der Große? Ja. Nein. Okay. Wieso sind meine so leichte? Ja. Wahrscheinlich denkst du, du wählst wahrscheinlich absichtlich irgendwelche leichten Sachen für den dummen Karol aus. Kann man A und Grieche jetzt auch irgendeiner der ägyptischen Pharaonen nach Alexander sein? Boah, wie fies. Mhm, stimmt. Dann bin ich wieder dran. Flo, ist unsere Definition von westlicher Kulturkreis eine andere? Ich glaube, du ignorierst beim westlichen Kulturkreis einen kompletten Teilkontinent, der sich davon mit Sicherheit ziemlich angepisst fühlen würde. Der in der neuen Einteilung nicht mehr ganz da reinpassen würde. Ja, äh, genau. Deine Einteilung vielleicht nicht in meiner schon? Äh, nein, tatsächlich auch in der wissenschaftlichen Einteilung ist der auf einem, äh, auf einer Scharnierstellung, aber wurscht. Ähm, Südamerika? Ja. Die, die, die klassische westliche Kultur, äh, ist halt das Abendland. Schreinerkultur oder was? Äh, in Südamerika hat tatsächlich... Hallo, da sind das Spanier und Portugiesen und alles? Für mich westlicher Kulturkreis. Naja, die Südländer, ich weiß nicht. Ich bin da inklusiver als ihr, merke ich gerade, ne? Ja, wie gesagt, furchtbarer Rassismus, also diese Zeiten, der so, ne, also ja, du kommst aus Südamerika oder du warst in Südamerika. Habe ich da, ja, habe ich da was mit den Unabhängigkeitskämpfen zu tun, der ehemaligen Kolonien oder dann bald ehemalige Kolonien? Mh, nein. Aber gute Idee. Okay. Ähm, Karol, bin ich vielleicht... Kannst du auch nach Attributen fragen. Nach Attributen? Mh, die dieser Person zugeschrieben werden, aber... Ah, ah. Äh, ich wollte... Ist umstritten, ist um... Also, eigentlich ist es nicht umstritten, ist egal. Ich könnte fragen, in welcher... Äh, ob er... Hat dieser Komponist in einer bestimmten, ähm, Richtung, also Richtung geschrieben, ich meine Romantik, äh, für Klassikismus bekannt, für Barockmusik? Das ist eine gute Frage, die du mir da stellst. Ah, Wikipedia-Seite aufmachen. Gott. Ich, ey, da muss ich jetzt echt nochmal kurz nachdenken. Als... Puh, warte mal. Da, 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 das muss ich jetzt nochmal schnell verifizieren. Hm, du fragst nach Attribute. Ich bin schlecht mit Attributen. Wieso hat er eine große Nase oder so? Große Ohrläppchen. Genau. Er ist für seinen, er ist für seinen besonders breiten Kinn bekannt. Na, nee, da gibt, nee, 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 deswegen hab ich mich auch gewundert. Nee, nein, also, was war nochmal die Frage? Ob er für irgendeinen bestimmten, äh, Stil, äh, eine Stilrichtung, äh, nee. Irgendwie Romantik oder so. Nee, gibt's das in der Musik überhaupt? Romantik? Naja. Ja, natürlich. Naja, ja, naja. Nein. Ich kann eine andere Frage stellen. Nein, ich habe ja nein gesagt. Ich habe ja nein gesagt. Dann gehen wir weiter, nee. Ja, aber ich bin ja schon fertig. Also, jetzt ist Elias dran, ja. Ja, ja, ja. Immer noch? Ja. Elias ist begeistert. Wie kann ich etwas, wie kann ich im 19. Jahrhundert unterwegs gewesen sein, militärisch, aber nichts mit Unabhängigkeitskriegen zu tun zu haben? Interessant. Ähm, ich würde ja sagen, ich wäre Bolivar, aber der hatte was, äh, äh, mit Unabhängigkeitskriegen zu tun. Äh, ich gehe mal nach der Sprache. Sprach ich Spanisch? Ja. Das hast du gelernt, ja. Das habe ich gelernt. Äh, ich kann jetzt nicht fragen, war Spanisch nicht meine Muttersprache? War Spanisch meine Muttersprache? Um Nein zu bekommen? Nein. Ähm. Karol, bin ich Richard Wagner? Ja. Uuuh. Was hat Wagner denn für ein Attribut, bitteschön? Ein breites Kinn? Es ist antisemitisch. Alt-Nazi-Kuss. Sowas von antisemitisch. Ich dachte, ich dachte, ein körperliches Attribut. Nee, 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 nee. Ich könnte sagen, er hatte eine Hackfresse, aber... Aber er war ein Genie. Es ist bedauerlich, aber er war ein absolutes Genie. Also, das muss ich immer wieder sagen. Habt ihr seine Musik? Ja, sehr, ja. Echt? Leider ja. Genie schützt leider nicht vor, äh, Wahnsinn. Nee, nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Okay, super. Und, äh, Pera dann? Dann ist nur noch Reliest. Wieso siehst du eigentlich immer den Peridon, wo, wie, wo, äh, im Chat sie... Ach, hier. Nein, nein, nein. Wagner ist eindeutig Jazzmusiker. Genau, Peridon. Der ist eindeutig Jazzmusiker. Hm, schön wär's. Ja, nee. Der Foxtrot der Walküren, das wär auch mal was, ne? So. Habe ich was mit Argentinien zu tun? Nein. Habe ich was mit Chile zu tun? Ja. Ah. So, Geschichte, Chile. Würde ich mich mit Chile ausdenken? So. So, äh, Konflikt mit Argentinien. Dann haben wir hier die autoritäre und parlamentarische Republik Chile. Ähm, wen haben wir denn da, der so rumläuft, der eben nicht Muttersprachler ist, weil, äh, er hatte Spanisch nicht als Muttersprache. Das heißt, er ist wahrscheinlich dahin ausgewandert. Äh, blöderweise laufen da jetzt nicht so viele Leute rum, die irgendwie Heinz Gustav heißen und definitiv nicht als, äh, äh, Chilene zu erkennen sind. Äh, kam ich denn von außerhalb nach Chile? Ja. Nur, dass ich, äh, nicht, dass es vielleicht eben durch Zufall irgendeinen indigenen, äh, mischt habt ihr eben nicht Spanischsprache, sondern irgendeine indigene Sprache, deswegen. Ich kann nicht beruhigen, ich kenne nicht einen einzigen berühmten aus dieser Kategorie, leider Gottes. Äh, also da brauchst du keine Angst haben. Zweite Hälfte, äh, 19. Jahrhundert? Äh, Hauptschaffenszeit. Ja, ja. Äh, ich hatte dann ja was mit Kriegen zu tun, nehme ich mal an. Ja. Da gibt es ja so einen Bekannten dort. Hatte ich was mit einem Salpeterkrieg zu tun? Hm. Äh. Direkt nein. Indirekt ja. What the fuck, ich hab, ich hab noch nicht, ich weiß nichts über, äh, über chilenische Geschichte. Äh. Ich weiß auch nicht viel über chilenische Geschichte, aber über eine Sache in chilenischer Geschichte weiß ich viel, das solltest du wissen. Eine Rache wird fürchterlich sein. Hm. Mist, ich bin am Samstag. Ich werd einfach vergiftet. Hm. Okay. Gut, ich hatte was mit Militär zu tun, also ist es der schon mal nicht. Der ist zwar eben kein Chilene, kommt von außerhalb, aber ist Geschäftsmann. Jetzt muss ich die ganze Zeit nach irgendwelchen komischen Namen deine Wikipedia-Artikel schauen, die eben nicht spanisch aussehen. Das ist ja Präsident, ich bin ja kein Staatsführer. Hatte ich das? Ja genau, ich hab nichts mit Politik nämlich zu tun. Bababram, babam, 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 bababam, bababam, bababam. Jetzt muss ich wieder was mit Musik wissen. Ich hab... Ich hab... Wie gemein. Karol, was ist denn das für ein Musikstück? Weiß ich nicht. Ah Mann, gerade immer konntest du mir zu mir selbst... Das kann aber auch dran liegen, dass ich scheiße bin im Singen, insofern... Nee, 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 äh, das möchte ich dir, ähm... Zugestehen. Genau. Lassen. Ich weiß, ich bin echt ein böses Arzt. Komm, Elias, trink einen Schluck aus dem Schierlingsbecher. Oh Gott. Muss ich den jetzt verstehen? Trink der aber mal aus meinem Bierkrug. Na, weil du was von Vergiften gesprochen hast. Nee, ich hab vom... Ah ja. Ich hab vom Vergiften gesprochen, seine Rache wird böse sein. Ich hab nichts mit dem Bürgerkrieg von 1891 zu tun. Ich kenn das Stück nicht. Nein, nein, nein. Da wird's nur noch fies. Also du kennst das Stück aber, oder? Karol, wie heißt's denn? Komm. Weiß ich nicht. Ich kenn's aber von damals der Scheiße. Ja. Warte mal. Opa. Opa Chile. Was? Opa Chile? Ha, ha, ha. Wenn das... Keine Ahnung. Opa Chile. Ach so. Ha, ha. Ich hab's richtig geschrieben zum Klick. Opa Chile. Buenas noches. Hier hast du ein Wert, das Originale. Also die Nationaloper heißt übrigens wie ein Bundesopera Nacional de Chile, aber das bringt irgendwie nicht. Wie kommst du jetzt vom Militär auf die Oper? Nur so rein aus Neugierde. Ja, weil ihr irgendein Musikstück summt für euch hin und normalerweise kommen die zu derzeit meistens aus Opern. Musik gibt's nur in der Oper. Nicht nur, aber Gott, ich hab keine Musik. Bei Musik wird zur Stille marschiert. Das hilft den Takt zu halten. Marsch. Chile. Marsch. Chile. Ich seh übrigens gerade meine Dauerzahl im Fegefeuer hochrattern an der Wand hier. Heieieiei. Ich werde nur noch Städtchenflieger kommen. Die schönste Freude. Ja. Ich sollte mich ganz dringend mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ah. Nee. Ach, ich jetzt. Alles klar. Ich glaube ja. Städtmen. Hast du das Musikstück gefunden, Kammer? Naja, ich glaube, ich habe Hinweise. Bin mir nicht sicher. Also ich glaube, ich muss wirklich die Segel streichen, weil ich, das geht jetzt wahrscheinlich ewig, weil ich jetzt alle möglichen Artikel, die wir durchlese, wirklich lebt ja alle Anträge. Aber ich kann A mit dem Stück nichts anfangen. Ich kann A mit dem Stück nichts anfangen. Google mal einen Begriff. Ja. Prussianisierung. Oh Gott, hab ich mich noch nie gehört. Ich hab mich sehr verschrieben. Ich bekomme chinesische Seiten. Ja, sorry, ich hab dich verarscht. Es ging eigentlich um eine chinesische Enklave in den chilenischen Anden, der keiner wusste. Nee, den Tiefen hab ich noch nie gehört. Welchen? Ja, den Emil Körner. Ah, Emil Körner, genau. Emil Körner war ein Hauptmann in der preußischen Armee. Der ist als Militärbereiter nach Chile gerufen worden, nach den Salpeter-Kriegen. Deswegen hat er nicht direkt mit den Salpeter-Kriegen zu tun gehabt. Als Chile nämlich gemerkt hat, die Armee ist gut, denn sie hatten gewonnen, aber nicht gut genug. Also brauchen sie eine Reform. Und seit Emil Körner, das ist heute auch noch so. Also falls ihr mal Lust habt, googelt mal auf YouTube chilenische Militärparade. Ja, natürlich von mir. Noch heute marschiert das chilenische Militär nach preußischem Drill. Also wenn man sich die jährliche Militärparade zum Nationalfeiertag in Chile anguckt, ist das als würde man in der Zeit in Berlin ins 19. Jahrhundert zurückgucken. Da marschieren die in Pickelhauben im Stechschritt zu deutschen Märschen mit Mausergewehren. Die Infanterie marschiert sogar noch krasser in grauen, feldgrauen Uniformen mit M35-Stahlhelm. Also den Helm, die auch die Wehrmacht in der Form in etwa genutzt hat. Es ist echt eine krasse Kiste. Und Emil Körner war der Militärberater, den Chile runtergeholt hat, um das Ganze zu arrangieren. Ja, ich meine, Chile war ja schon immer deutsch. Es bleibt auch deutsch. Also von der Aussage her distanziere ich mich. Genau, und so eine totale Distanzierung von allen von uns. Hättest du jetzt Mallorca gesagt, Schleswig, dann hätte ich gesagt, okay, aber Chile. Ja gut, ich meine, Chile hängt militärisch noch immer sehr stark an uns. Also bei einer der letzten großen Militärparaden haben sie Leopard 2-Panzer gezeigt, die sie von Deutschland gekauft haben. Sie haben von Mercedes quasi dieselben Unimog-Trucks, LKWs gekauft, die auch die Bundeswehr benutzt. Das ist also heute immer noch eine ziemlich starke Sache. Und, das muss man sagen, seitdem in Chile statt einer linksgerichteten Regierung wieder eine rechtskonservative Regierung. Und da wird diese Prusanisation, also diese Preußinasierung, nochmal weiter vorgetrieben. Also da wird dieses Preußentum oder dieses chilenische Preußentum nochmal richtig, richtig hochleben gelassen. Bedenklich, wenn man es politisch sieht. Interessant, wenn man es als kulturhistorisches Versatzstück sieht. Und, aber naja. Tja, ja, 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 ja. Ich bin auf jeden Fall schon mal aufgesucht. Jetzt schon wahnsinnig Steppenvölker. Ja, genau. Ich werde nie wieder einen, der bin ich gewinnen. Nie wieder. Nie wieder. Es sei denn, er wird nachsichtig und nimmt einmal Jengis Khan oder so. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Nach meinem hier vernichtenden Auftreten. Also für mich selbst. Ich weiß es gar nicht. Im Endeffekt hat eigentlich Karol gewonnen. Dich gefolgt von Flo und Marie. Und über mich reden wir nicht. Das vergessen wir. Aber Marie wäre ja nicht hier. Marie wäre ja nicht hier, wenn wir nicht ein bisschen Cross-Promoting machen würden. Nochmal ganz kurz, weil wir über Chile gesprochen haben. Marie und meine Wenigkeit und vor allem noch der Herr Fischer. Wir haben da den Podcast Medienkompetenzübungen im Betrieb. Und da gibt es eine Folge, die Folge 84, die heißt Karaothene. Da sprechen wir eine gute Stunde lang mit zwei, wie sagt man, Herrschaften aus Chile. Ja, mit zwei Menschen aus Chile über die im April 2020 aktuelle Situation in Chile, die sich jetzt nicht politisch nicht allzu sehr geändert hat. Recht interessant gewesen, so streckenweise. Vielleicht ist das ja für Südamerika-Fans interessant. Genau. Nun, ja. Ja, Mensch, hier, so eineinhalb Stunden haben wir auf dem Tacho. Ist doch okay. Absolut. War eine schöne Runde, hat mir gut gefallen. Und ich würde sagen, wenn die lieben ZuhörerInnen sich vielleicht auch mal beteiligen wollen, auch mal mich vernichten wollen, dann könnten sie uns schreiben, ob sie mitmachen wollen, oder? Aber wie tut man das denn am besten, lieber Karol? Ja, ich sag mal so, der beste Weg ist natürlich, wenn ihr einfach auf unsere Internetseite geht und dort in dem Bereich Kontakt oder so, glaube ich, da findet ihr einen Link zu unserem Slack-Chat. Und da könnt ihr uns direkt, also wenn ihr euch dann da angemeldet und registriert habt, anschreiben, mit uns kommunizieren oder euch einfach melden und sagen, hier, hallo, ich will mitmachen. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Weg, weil das sehr konzentriert stattfindet dort. Wir haben viele ZuhörerInnen, die sich da eingefunden haben inzwischen, die sehr, sehr aktiv sind und viel schreiben, nachdenken, austauschen, voll cool da. Aber wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ihr uns mit anderen Kommunikationsmitteln da kontaktiert, Elias zum Beispiel. Ja, ganz klassisch, per Mail, also podcast.historia-universales.fm, Facebook, YouTube, Twitter, alles möglich, überall eigentlich unter unserem Namen. Ich bin dafür, dass Flo tatsächlich mal diese Nummer dann doch kann, will ich noch kurz die Nummer des Anrufbeantworters vorhin ihm wissen. Wie lautet die denn, Flo? 0351 841 68620 Wunderschön. Und dann würde ich sagen, dieses Mal war es mir leider kein Blumenpflücken. Die Linienlage ist dann doch arg schmerzhaft. Ich werde das so büßen, ich werde es so büßen. Ich genieße jetzt die Tatsache, dass du da drin hast. Ja, ja, ich genieße jetzt den kurzen Triumph. Ja, ja, ab dann bin ich einfach nur unter ferner Liefen wahrscheinlich, begraben unter den Hufen diverser Steppenreiter. Ja, ich werde mich in das Quellenstudium begeben und alte, wirkliche Texte lesen und da einen Namen ja irgendwie raussuchen. Ich glaube, wir hatten am Anfang die Regel aufgestellt, dass die Persönlichkeiten Wikipedia-Artikel haben müssen. Gott sei Dank. Wir haben leider nicht definiert, dass diese Wikipedia-Artikel mehr als zwei Zeilen umfassen müssen, deswegen habe ich schon wieder Angst. Tja, unter dem Eindruck sage ich dann schon mal zum Abschied leise Scheiße. Oder dass sie auf Deutsch sein müssen. Russisch geht auch. Kann man sich übersetzen lassen von Wikipedia. Nein, nein. Es sei mir trotzdem eine Freude. Ja, genau. Mir auch. Vielen Dank an euch. Danke dir, Marie, dass du mitgemacht hast. War sehr, sehr schön. Komm wieder mal wieder. Wir werden dich ansprechen, auf jeden Fall. Sollen wir noch verraten, wie du vielleicht auf Twitter erreichbar bist, falls dir jemanden folgen möchte, weil er von dir sehr begeistert ist? Ja, ich bin auf Twitter erreichbar unter, ich glaube, Marie Schaller, ich weiß nicht mehr. Nee, at Schaller Marie, Schaller mit Doppel-L. Ah, so ist es. Genau, du kriegst es besser als ich. Schön. Okay. Super, also falls man mich erreichen muss, ich bin genauso im Leben wie jetzt auf dem Podcast und zwar lache ich gerne, wenn es Niederlagen gibt, wenn jemand vergiftet wird oder so. Ich bin total diese Art von Mensch. Perfekt, also da lohnt es sich zu folgen. Wie gefällt mir, da bin ich total allein mit meiner Art. Okay, dann habt ihr ein schönes Leben, passt auf euch alle auf, bleibt schön gesund und wir hören uns dann wieder in sieben Tagen, nicht? Yes. Okay. Reingeschauen, reingehauen, das Motto zu wiederholen. Wieder falsch. Au revoir. A bientôt. Tschüss. Ich drücke mir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pachtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bereit.